Hallo, hier sind Kerstin und Mia und wir lesen heute die Verse aus 1. Mose 3, Vers 15, Jesaja 7, Vers 14, Galater 4, die Verse 4-7 und Micha 5, Vers 1 aus der NIÜ-Bibel heute. Aus Mose, ich stelle Feindschaft zwischen dich und die Frau, deinem Nachwuchs und ihrem. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm die Ferse zerbeißen. Aus Jesaja Deshalb wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Seht, die unberührte junge Frau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den sie Immanuel, Gott mit uns, nennt. Aus Galater Als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sahnte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Aus Micha Doch du, Bethlehem, in Ephrata, so klein unter den Hauptorten Judas, aus dir soll der hervorgehen, der mein Herrscher über Israel währt. Sein Ursprung liegt in der Vorzeit, sein Anfang in der Ewigkeit. Jeden Tag werden wir dich mit kleinen Videos erreichen können. Wir wollen dich so in die Adventszeit ganz bewusst einstimmen und dich auf Weihnachten vorbereiten. Wie bei einem richtigen Adventskalender gibt es auch hier Türchen, hinter denen sich täglich spannende, unterhaltsame und geheimnisvolle Videos verstecken. Du bist neugierig? Dann schau doch bei unserem YouTube-Kanal Christliche Versammlung Rendsburg vorbei. Wir freuen uns, dich da begrüßen zu dürfen und da kannst du auch den ganzen restlichen Adventskalender anschauen. Und lass es so dein mit Abstand bestes Weihnachten werden. Und lass es so dein mit Abstand bestes Weihnachten werden.